Ja, das ist sicher deswegen gemacht, ja ja, dann glaubt er nämlich, er kann nicht vorbei. So ein Schaß. Aber vorher noch gescheit geredet, hab ich? Ja. Nur kurz drüber geflogen, ah, da muss ich hin. Und ich hab mir gedacht, ich muss den Berg rauf, ich hab auf die Stadt verliebt. Weißt was, du solltest lieber die Wandinen-Schriften lesen. Und frag mich jetzt nicht, wie ich auf das jetzt komm. Oder geht, oder geht. Ja. 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 Was ist das für ein tolles Laser? Ja. Schaut es schon aus, als hätte er die Fäuste so nach oben. Okay, es muss irgendwas damit zu tun haben. Tja. Und wenn links das Fäuste wird. Ja. Hm. Das sieht wie ein Ventil aus. Aber ich kann es mit bloßen Händen nicht bewegen. Schwächling. Da liegt jetzt sicher irgendwo ein Schraubschlüssel. Sag nicht, da liegt jetzt irgendwo ein Schraubschlüssel noch. Geh bitte. Wenn das Ventil nicht aufmacht, keine bloßen Händen. Ja. Was kann es denn sein? Mach, das muss irgendwo ein Schraubschlüssel sein. Bitte nicht, sag ich muss da nicht noch einmal durch ein Schraubschlüssel suchen. Na, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich auch nicht so, aber... In diesem Gebiet... Sicher. Wo? Na... Da hat es blinkt. Gerade. Warte schon. Hast du gesehen? Warte. Ich habe auf ein paar Trüger. Ich weiß aber... Das gibt es ja nicht. Warum Pinzeln passen? Da jetzt. Nein. Bitte nicht. Jetzt muss alles zurück müssen. Das ist nur Zeitlich schon, hm? Wie komme ich denn da her? Ganz zurück. Komplett ganz zurück. Komplett ganz zurück. Ja, weil es das Problem ist... Ja, weil es das Problem ist... Das ist der einzige Weg da. Ja? Vorher hat es aber nicht gepluppert. Geplinst, meinst du? Ja, meine ich ja. Vorher hat es das nicht gemacht. Ja, schau wie lange das braucht, dass das überhaupt einmal blinkt. Ja, aber das hat es vorher komplett gar nicht gemacht. Das weiß ich. Das hätte ich sonst sehen im Augenwinkel. Ja. Nur, du musst erst sehen, dass du einen Schraubschlüssel brauchst und dann findest du ihn erst. Ja. Das kann auch sein, dass das vorher ausgeschalten ist. Ja. Dass du das nicht zufällig findest, weil du falsch gegangen bist. Ja... Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Man kann nicht da jetzt danach vorbei. Ja, da den Weg runter, schau mal. Du musst komplett zurückschauen. Das ist vom Anfang. Das ist der einzige Weg. Ja. Na gut, das ist aber schon ein bisschen extrem, finde ich. Irgendwie die Spielzeit müssen sie rauftreiben. Ja. Und gut, sonst ist das Spiel eh echt cool. Ja, ja, aber trotzdem. Dann müssen wir jetzt noch mal durch. Das ist so ein Scheiß. Und wenn ich dann noch was brauche, dann brauchst du dich drunter gehen. Da auch noch mal da zurück, oder kann ich da schon gehen? Komplett zurück, Patrick. Komplett. Wenn ich wenigstens dann nachher ein schnell zurückgehen habe, das wäre super. Wenn du eh den Weg schon gefunden hast, sozusagen. In diesem Gebiet. Ja, wenigstens da hätte ich geradeaus gehen können. Warum holt ihm nicht der Lava-Monster und der Dorian stirbt? Das wäre viel einfacher, ha? Ja. 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 Das wäre viel einfacher, ha? Ja. 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 Fast wäre ich den falschen Weg gegangen. Ja. Gleich haben wir es geschafft. Ich bin gespannt, ob es bei dem Spiel einen Speedrun gibt, bis ich das gelöst habe. Du musst das als Gag irgendwie reinmachen. Nur die Szenerie von der Lava Geschichte, der Florens Lava Speedrun. Da wäre es schon leibernd, wenn ich da schon klicken könnte. Ja, es wäre auch, rein theoretisch wäre es schon okay gewesen, wenn du dort, wo der Schraubenschlüssel war, auch irgendwas umdrehen kannst, dass eine Brücke rüberkommt. Schau, weil das ist genau da. Verstehst? Das wäre wenigstens schon was gewesen. Aber sie haben damals halt die Spielzeit hochtreiben müssen. Was macht dieses Viehchen? So einfach geht's. Ja! 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 Ah! Gewissen mit Pflanzen, schon wieder. Hat der Tuch jetzt Stöckl schon gehabt? Ich kann nicht. Aha. Das ist ein Labyrinth. Ach, ja. Na da musste ich einmal auskennen. Aber wenigstens kann man da schnell beginnen. Da wollte ich gar nicht hin. Ah, schau. Ich gehe da rein. Ja eh, du kommst immer woanders raus, was du nicht mitkriegt. Jetzt steht es wieder schon. Ja, jetzt steht es wieder schon. Ja. 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 Okay. Das war's für heute. Okay, das heißt da, ich kann in Grunde in und da jetzt her, dann kann ich da her, dann kommt da raus, ich kann da rüber, dann kommt da raus, ich geh runter, dann kommt da raus, da, Tür, ich weiß, ob ich lieber den weiteren Weg gehe, deshalb schon, okay, ich frage mich, wozu das gut sein soll. Ja, ich frage mich, wozu das ist.